Herzlich Willkommen zur Hakensoffe hier im Marsch. Hier machen wir heute noch Eis. Ich habe heute kurz tausend gemacht in der Nacht. Motor starten. Ja, ich kann es mal allen Zuschauerinnen fürs Zuschauen. Reitschalten, reiten und kommunizieren. Für allejenigen, die es lange hier verleihen, aber gerne geht es doch mal reinschauen. Und da habt ihr noch einen Tick, Anregung, Ratschläge. Ja, und das mal gerne rein damit. Ja, jetzt habe ich aktuell nicht die Form wieder mit dem Kuh gebaut. Das ist ein bisschen besser. Aber die Ecken auch schon, ne? Ich hoffe, dass wir heute das Tag fertig kriegen, in alle 10 Folgen. Aber so gut ist es. Sollen wir gerade mal kurz vor 3. Also 15 Uhr mehr oder weniger. Sollte auch ganz gut klappen bis 18 Uhr. Jetzt schauen wir, wie andere Abfahrer alle sind. Sollte man kurz aktivieren. Sollte man also schnell gehen. So, was muss ich zu leise sein? Könnte jetzt sein. So, nur eine Option. Machen die Geräte ein bisschen leiser. Wiemenschein. Der liegt nicht ganz so wichtig, aber im Hintergrund kann schon was tun, ne? Vielleicht doch vollkriegen oder müssen wir jetzt noch mal einen Kaffee drängen. Wieder ein Timing heute. Schauen wir mal. Noch keiner zu sehen. Aber gut, wir haben noch nicht gestartet. Ja, das ist leider heute das heutige Geschäft. Das Kartoffel ist ein bisschen kleiner und der Timing ist auch nicht so groß. Da geht es auf. Aber Mais brauchen wir ja Masse. Also da geht es ja um 4. Oder mit dem Glaskreis. Habt sich glaub ich nicht geändert. Wird sich auch nicht ändern, glaub ich. Gas, Stroh, Silage. Ja, ob es mit Tiefs zusammenhängt, entdeckt man ganz stark. So, voll. Jetzt geht es schon zur Straße. Und dann kann er alleine zur BGA fahren. Und wir werden entsprechend hier den nächsten schon mal herhelfen. Da drüben steckt schon einer. So, wir müssen eigentlich der andere bei der BGH sein. Jups. Ein Stand tun wir auch nicht. Wir werden aber hier ganz kurz starten. Und dann geht es rüber. So. So. Ein I. Abla. Oh, nicht so schnell. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Leer. Einsteigen. Cool, wir könnten jetzt zurück mitfahren, oder können wir nicht? Wir sind hier ein bisschen bequem, ne? Wir sind hier ein bisschen bequem, ne? Wir nehmen gleich den hier vorne ist, ne? Und fahren wir gleich. Richtung. Feld. Wir haben uns sehnsüchtig erwartet. Wir haben drei Fahrzeuge jetzt relativ zügig. Die müssen ja nicht mitfahren und selbst fahren, ne? Macht ja alles so ein Courseplay. Und wir können halt das Aufladen, Steuern, Lassen. Die fahren dann nur da neben dem Temponat. Und vor allem der Fahrfahrer hier im Auge. Hier bei Courseplay ist es ein bisschen schwieriger. Weil. Tja. Mal die. Ja, das ist die Nummer 30. 53. Das ist ja noch nicht. Richtig. Die fährt, also Höchsthalle 10. Und. Laufen lassen. Ja. Heute. Meine erste Folge. Für Samstag. Habe ich auch ungefähr so, äh, vorausgeahnt und so ist. Ich habe die vier Folgen schon bearbeitet, die ich gestern gemacht habe. Laufen als Vortragers. Auf jeden Fall habe ich weitere 7 hochgeladen. Seven Dice2D. Ist auch gesichert. Dann hier auch schon ein bisschen im Vorlauf. Weil da habe ich die nächste Woche, habe ich am Frühstück. Da habe ich, äh, meine Arme noch ein bisschen Zeit. Und werde ja nebenbei, äh, hochladen. Das hat schon die anderen alle bearbeitet. Und da ist auch keine Eile. Die Aufnahmen werden da auch besser. Also mit, äh, tot und so. Das wird auch, äh, besser werden. Versprochen. Da sind die ersten einige bei, die noch, äh, etwas ungünstig sind. Und zwar geht's um, den Sound vom Spiel, ne. Also da ist ja auch aktuell, äh, ein wenig zu, äh, zu hören. Leider. Aber da habe ich einen Fehler gemacht im OBS. Für den mal zu entschuldigen. Ist leider so. Da ich immer mehrere Aufnahmen aufmache und oft nicht getestet habe, äh, gleich noch der ersten. Da hat sich dann der Fehler entsprechend fortgeführt. Also leider ist das so. Da habe ich nur geglaubt, das läuft. Die Anzeige war ja auch da. Aber nach dem Arbeiten war das im Teil nicht mehr da. Warum? Leider. Weil die Tonspur nicht aktiviert war. Ungünstig gelaufen. Naja, jetzt machen wir mal die 10-Fall fertig. Bis, oh, ich hab 18 Minuten ungefähr. Wenn ich da noch Lust habe, kann ich auch noch die Zervorität spielen. Oder schon ein bisschen verarbeiten. Also. Und was wird jetzt mal um die 10-Fall hochgeladen? Ich bin jetzt auf dem Modus von, äh, Normal HD. Lade ich jetzt hoch. Äh, mal schauen, äh, wie die Palette ist. Ich hoffe, dass die 10-Fall nicht so extrem sind. Oder ich werde jetzt die, ich hab ja die Original-Fall noch, und die erste Versorgung lang habe. Das könnte ich ja heute noch machen. Erstens, äh, vier Folgen. Oder die eine Folge und dann anschauen. Vielleicht auch mal umstellen das auf, äh, äh, ja, äh, beim Zweikörner. Warum das so ist, das weiß ich auch nicht. Aber, das ist halt so, ne? Der Kurs ist ungünstig. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ich hätte ihn mal wie vorne anfangen und beenden müssen. Dann wäre er, wir hätten wie vorne gewartet. Und dann müsste ich da auch hinlaufen. So könnte ich jetzt hier losfahren, aber er will ja noch quer und Acker. Ne, das ist ja auch nicht. Das ist auch zu gefährlich. Obwohl das hier gehen würde. Man fährt hier so. Das ist ja ein relativ flacher Rahmen. Und, man jagt das hier so hoch. Äh, bei der Vierfach gibt es einige Kräger, die sind tiefer. Ich weiß gar nicht, wo er hin wollte. Ah, er wollte sicherlich am Anfang oder am Stopp. Weiß ich jetzt nicht genau. So, er hat einen gefunden, den Weg. So. Du musst mitten rüber rüber, du bist der größte von allem. Wenn du den Mikrofunk rüber nimmst. Kommt mir der Hand mit dir. So. Ja, aber auch abladen. Und er hat die entsprechende Bereifung und die entsprechende, äh, Kraft auch in der Mitte rüber zu fahren. Obwohl dann die anderen alle stecken bleiben würden. Er nicht. Er zieht rüber. Na, Zaun. Das ist völlig nahe. So. So, hier gehen wir auch mal runter auf 10 kmh. Auf 1 geht es runter auf 10 kmh. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So. Hat er eben gerämpelt, ne? Aber ich, ich, ich bin der Schuldige zu sehen, ne? Ja, gut. Man muss mal die richtige Position sehen, ne? Also, wenn man den kennen bekommt, ne? So. Also, wenn man... Jetzt geht's eigentlich runter. Okay. So. Wenn man dann raus, ne? Ja. Ja. Wie man sehen. Muss ich doch überlegen. Das hat auch noch anders gekauft. Ja. Ja. Hier ist der Herd angekommen. Und im Norden, ne? Bei mir ist trocken. In diesem Jahr war's im Norden allgemein trocken. Die Rocheen hatten zum Refekt. Ich glaub nicht, so... Trocken Stellen haben wir nicht gehabt. Und dann schauen wir mal, wie das... Wetter wird. So. Zeit. Weil die Zeit sehe ich jetzt nicht. Das ist auch zu gedeckt. Jetzt sehe ich das. Wir haben noch ein bisschen. Macht das für ihn nicht, dass er zu extrem lang bekommt. Lang ja, aber nicht extrem. Das ist ja keinem nicht geholfen, ne? Ist ja nicht so spannend, wie man meist, ne? Weil ich jetzt hier drei schon zugucken könnte. Klar wär's für mich am besten einmal YouTube-Artikel ausfüllen. Einmal YouTube, äh... Ja, ein Bild machen. Mit, äh... 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 Da kann ich schon zuschauen. So... Was haben wir denn da alles? Nö, gut so. Blocking. Achso, ja, beide Blocken. Der mag es eingestellt haben. Gut, egal. Die anderen sind, äh, die gehen noch ohne Einstellung. Da kriegt der. Da bist du schon! Oh, Rand. Da wird gesucht. Was geht denn los? Da war er sicher wie ein toben Glück nicht gewesen. Oder ich hab ihn gesehen. Hier vielleicht schon. Aber das geht ja heute ziemlich zügig. Denk ich mal Schlag auf Schlag und dann sind wir wieder durch. Mit Mais. Es gibt noch Kartoffeln und Brüben. Wenn es morgen reif ist. Ein bisschen nasses. Und dass die Ernte geht auch. Was heute Nacht immer nur Kälte ging. Krieg bekommen für Mais. Die Lage an sich. Und Mais ist noch nicht reif. Aber es ist gestern noch nicht reif. also diffidiert. Ich staurene BGH. Geldverfassel. Aber. Jetzt werden wir gleich erledigen. Aber wir machen erst voll. Oder? Sonst ist ja gleich wieder leer. Hier. Muss ich wieder starten. Ja streng ihn. Ich wollte beide hängen drauf. Ich muss ein bisschen außen fahren. Die Erdmintruck. Ankommen. Leer. Und. Weg. Ne. Da. 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 Da haben wir schön vermieden. Die Wand. Und. Hier werden wir mal sehen. Bis zur Bauchnabe bin ich weg. Lassen. Hier raus. Der hat ein bisschen mehr PS als der. Andere der gerade fuhr. Mit dem besten Ferguson. Der hat ja mindestens 100 PS. Kommt so besser durch. Als. Alle anderen. Der große andere hat ja auch viel PS. Also der. Das Glas. Das war's. So. Wieder runter gestellt. Und. Der läuft nur rum. Gut. Baut er jetzt halt. Und. So. Die Show. Das soll's für heute gewesen sein. Für die erste Folge. Oder für die zweite. Für die erste Folge. Tja. Jetzt machen wir gleich weiter. Ich danke noch für alle Zustand. Tschüss. Und schau tschau tschau. Ja man sieht es dann gleich wieder. Heute. Tschüss. Tschüss.